Das erste, das ist immer. Und wenn auch, die Welt vergeht. Das zweite ist man und bleibt man, wenn man zu lesen versteht. Das ist der erste für dieses Wort. The second one, himmlisch war's, wenn ich bezwang meine sündige Begier. Aber wenn es mir nicht gelang, hatte ich doch ein großes Plaisir. Und the third one, sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von der Liebe vier. Die Herren waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muss platonisch sein, der dürre Hofrat sprach. Ach, die Hofrätin lächelte ironisch und dennoch säuft sie. Ach, der Dummherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht roh, sie schade sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso? Die Gräfin spricht wie mütig. Die Liebe ist eine Passion und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tisch war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Okay. Danke. Danke.